Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Sky Beast 2. Wir haben uns beim letzten Mal mit diesem wunderschönen Storage Unit bzw. Simple Storage Network beschäftigt. Und wir nutzen es, aber ich muss sagen, so richtig nutzen wir es eigentlich gar nicht, denn wir nutzen fast schon eher das hier dafür, was ziemlich geil ist. Aber heute soll es darum gar nicht gehen, denn wir haben festgestellt, ja, wir können auch die Sachen hier mittlerweile automatisch produzieren, aber sobald hier der Honig voll ist, oder hier oben sehen wir es, haben wir ein Problem. Aus dem Grund werden wir heute versuchen, diese Flüssigkeit hier rauszuziehen und diese Flüssigkeit dann zu verarbeiten. Und dafür habe ich wohl schon was gefunden, was ziemlich praktisch ist. Und zwar, wenn wir hier mal ins Questbook reinschauen, in den Honigbereich oder in den Beambereich, dann sehen wir hier zum Beispiel den Honey Concealer. Und dieser Honey Concealer, der hat die Eigenschaft, dass er, hier sehen wir es, with this block you can create honey blocks with fluid honey. Das heißt, wir müssen ihm nur diese Flüssigkeit da drin geben und dann macht er daraus Blöcke. Das ist doch super, denn vor allem diese Blöcke, die brauchen wir für, ähm, für Upgrades, um hier auf Stufe 4 zu kommen. Und das werden wir dann vielleicht heute sogar auch anpacken. Aus dem Grund werde ich jetzt erstmal schauen, wie ich die Flüssigkeit übertrage. Und danach werde ich mir den Concealer basteln. Oder wir basteln uns jetzt erstmal den Concealer und dann überlegen wir uns, wie wir diese Sachen übertragen. Aber, ähm, genau. Wir brauchen ein paar Sachen. Wir brauchen zum Beispiel Steine dafür. Wir brauchen dafür jetzt ein paar Beeswags. Wir brauchen sogar schon ein paar Gläser. Okay, ich dachte kurz, ich brauche jetzt ja Honey Blöcke. Ähm, dann schauen wir hier rein. Wir haben hier auf jeden Fall Gläser. Beziehungsweise, warum nicht so? Wir haben jetzt die Möglichkeit. Und wir sehen, es fehlt uns noch Eisen. Das ist das kleinste Übel, dann... Okay, äh, wir haben nicht genug. Aber wir haben bestimmt gleich genug. Dann nehmen wir mal eins raus. Und jetzt sollte er uns gleich das letzte Eisen machen, um das Ding hier herzustellen. Wir können das Ganze jetzt mal herstellen. Wir haben hier den Concealer. Und... Heißt das überhaupt Concealer? Ich glaube, Concealer ist irgendein Make-Up-Produkt. Corn... Corn-Gela? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hier braucht die Flüssigkeit. Wir können es ja mal testen. Hier. Bitteschön. Und... Nun. Ah, da drin ist es. Okay. Also, der hat das Zeug verarbeitet. Und, ähm, dann ist es da unten gelandet. Bedeutet, wir müssen jetzt nur schauen, dass wir es übertragen bekommen. Dafür wird es bestimmt hier irgendwelche Pipes geben. Vielleicht ist es hier sogar die genaue Mod-Pipes. Und siehe da, es ist genau diese Mod da. Daher brauchen wir mal wieder Eisen. Wen wunderts. Wir brauchen auch ein bisschen Cup-Stone, ein bisschen Redstone. Und dann haben wir gleich alles. Und das Schöne ist, wir haben hier mittlerweile Redstone. Deswegen würde ich sagen, äh, werden wir das gleich verarbeiten. Und damit dann letztendlich nutzen. Dann würde ich sagen, wir stellen uns jetzt mal Fluid-Pipes her. Uns fehlt schon wieder eine Sache. Und zwar ein Redstone. Haben wir jetzt. Super. Dann stellen wir das Ganze mal her. Also, wir haben jetzt unsere Fluid-Pipes. Wir brauchen auch eigentlich dafür eine Ranch. Jetzt schauen wir doch mal. Die ist direkt hier. Die kostet uns sowohl Sticks und Flint. Okay, Flint müssen wir ganz kurz herstellen. Können wir das direkt per Rezept machen. Super. Hätten wir genug Gravel, könnten wir es auch wirklich machen. Deswegen nehmen wir uns mal das raus. Und stellen das Ganze damit auch her. Also, hätte ich gerne davon zwei Stück. Würde das jetzt mal verkraften. Ich habe wohl nur einen hergestellt. Ups. Machen wir nochmal einen zweiten. Und jetzt können wir uns diese Pipe Ranch herstellen. Und damit können wir die ganzen Dinge auch verknüpfen. Also, was wir jetzt machen wollen, ist ja das Ganze hier irgendwie anschließen. Deswegen nehmen wir mal den hier. Und setzen den. Ähm, genau. Setzen den zum Beispiel da hin. Und verbinden den da. Also einmal hier ransetzen. Dann machen wir einmal so. Und siehe da, es füllt sich auf. Und damit haben wir das Ganze in Blöcke umgewandelt. Und das Einzige, was jetzt noch ein Problem ist, ist, dass es nicht rausgezogen wird. Und dafür könnten wir wieder einen Hopper nehmen. Und, ähm, oder eben auch zum Beispiel eine Item Pipe. Daher machen wir das mit einer Item Pipe. Und ziehen es dann irgendwo anders rein. Denn da drin wäre es wahrscheinlich ein bisschen sinnlos. Wir können ja jetzt schon mal schauen, während das Ganze hier mal überträgt. Ähm, können wir ja schon mal schauen, wie sieht es mit den Tier 3 und Tier 4 Stufen aus für die ganzen Beehives. Deswegen suchen wir doch mal nach den Bees. Und wenn wir hier jetzt mal reinschauen, dann sollten da auch die Upgrades sein. Genau, die Hive Upgrades. Also, ich hätte eigentlich nach Ressource versuchen sollen. Und dann nach Hive. So. Das hier wäre das, was wir bräuchten. Und dafür brauchen wir erstmal viele Beeswax Blöcke. Die wirken jetzt erstmal teuer. Sind aber gar nicht so tragisch teuer für uns. Denn wir haben mittlerweile schon eine gute Menge davon produziert. Ähm, denke ich zumindest. Genau, wir sehen hier auf jeden Fall eine Menge Beeswax. Und wenn wir das Ganze mal umcraften. Dann sehen wir, wir kommen daran an 17 Stück. Das ist gar nicht so viel. Wir können damit insgesamt nur 4 verbessern. Okay. Schade. Ähm. Das ist wohl nicht besser. Okay. Also, immerhin können wir 4 Stück herstellen. Das ist ja schon mal ganz nett. Und das heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch diese ganzen Blöcke. Und da schauen wir doch mal, was haben wir am öftesten. Und was könnten wir davon verschwenden. Diese zum Beispiel, die haben jetzt nicht viel Sinn dahinter. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch genau diese nehmen. War so? Ne. Es war so. Okay. Dann legen wir es rein. Und stellen uns damit 16 Stück her. Genau die richtige Anzahl. Bedeutet, wir können die wieder reinlegen. Und haben damit insgesamt 4 von den Tier 3 Hive Upgrades. Also können wir die jetzt hier reinpacken. Wir sehen auch, die Ecken ändern sich. Das habe ich beim letzten Mal nicht so ganz verstanden. Und damit ist das Ganze auf Stufe 3 gebracht. Das heißt, wir könnten die zum Beispiel dann auch auf Stufe 4 bringen. Und dafür produzieren wir ja unsere Blöcke da drin. Hier brauchen wir auch diese Blöcke. Also. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir werden die jetzt alle auf Stufe 4 upgraden. Okay. Mittlerweile habe ich wieder ein bisschen was gefarmt. Und wir schauen jetzt mal, wie weit wir damit kommen. Ähm. Also, wir haben jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Beast Wax Blöcke bekommen. Und mit den Beast Wax Blöcken können wir uns dann die hier wieder herstellen. Und das bedeutet, wir bräuchten jetzt. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall mehr Honeycomb Blöcke. Daher schauen wir nochmal nach Honeycomb. Und ich würde jetzt einfach mal irgendwas nehmen, was wir öfter haben. Zum Beispiel Cabo Stomp. Und stellen wir davon mal ein paar mehr her. 50 Stück sollte reichen. Das heißt, wir können uns jetzt damit. Sag jetzt nicht, da geht ein Normales. Da gehen auch die anderen, oder? Genau. Das heißt, wir können uns jetzt damit nochmal zwei weitere herstellen. Und danach können wir auch diese Upgrades machen. Wir brauchen nämlich noch Honeyblöcke. Ich würde allerdings ganz kurz warten, bis dann noch ein Zip da reinrutscht. Denn den sollten wir auch gleich haben. Und dann können wir insgesamt zwei auch auf Stufe 4 bringen. Aber jetzt hauen wir doch erstmal die letzten zwei hier drauf. Zack. Und damit sind die auch auf Stufe 3. Auch wenn da beim Trübehafen immer noch Tier 2 und Tier 1 dran steht. Wir sind auf Stufe 3. So, wir sehen, wir haben mittlerweile sieben Honeyblöcke. Die wollten wir haben. Das würde bedeuten, wir können uns jetzt auch die Stufe 4 herstellen. Das machen wir mal ganz kurz. Wir müssen nur noch ganz kurz diese Honeyblöcke nehmen. Genau, hier sind sie. Und die nochmal reinlegen. Und damit haben wir insgesamt zwei Stück für Stufe 4. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich hilfreich. Einmal hier rein, einmal hier rein. Und wir sehen, das Ganze ist jetzt mit Emerald-Ecken ausgestattet. Und damit sind wir noch viel, viel krasser. Denn hier sehen wir es. Da passen jetzt maximal 16 Bienen rein. Also eigentlich könnten wir das halbe Nest hier reinmachen. Und wir sehen außerdem, wir haben hier 20 Honeycombs in der Produktion. Und es geht 20% schneller. Beziehungsweise 20% kürzer. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Aber ihr wisst, das ist noch groß, noch grob der Anfang. Denn es sollte ja natürlich irgendwann auch zu dieser App hier reagieren. Und dafür brauchen wir Netostars. Und genau das werden wir die nächsten Male anpeilen. Denn wir werden natürlich keine Netostars hinbekommen, denke ich mal. Aber wir können zumindest mal einige Bienen davor hinbekommen. Und deswegen richten wir uns an die und schauen, dass wir da rankommen. Von daher, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr neu seid, dürft ihr gerne abonnieren. Und ansonsten natürlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.